W725i gestiegen ist, mit dem Kennzeichen Frankfurt XB111, der Wagen ihres Mannes. Ja und? Mein Mann holt sie jeden Montag, Donnerstag und Freitag von der Schule ab und kodiert sie zu diesem Nachhilfeunterricht, den er bezahlt. Hatte Maike schon immer Probleme in der Schule? Nein. Nein, zwei Jahre lang war sie die Beste ihres Jahrgangs. Dann so mit 15 fing sie an, sich nach der Schule rumzutreiben in Cafés. Naja, dann fehlen ihre Noten. Ist Ihnen auch bekannt, dass sie dort seit über einem Jahr nicht mehr gesehen wurde? Wir haben hier die Aussage von der Leiterin, Frau Müller. Wieso sollte Maike sich weiterhin von meinem Mann zum Nachhilfeunterricht fahren lassen, wenn sie ihn die Woche vorher anzeigen wollte? Ja. Gerade sie mit einer gewissen anzunehmenden Berufserfahrung sollten doch längst gemerkt haben, dass dieses Kind nur uns beide gegeneinander ausspielen will. Sie haben Maike gefunden. Damit sie uns besser beobachten können. Nicht, dass man euch, also deine Art, ein bisschen respektvoller behandeln sollte. Ach komm, Quatsch. So ein Quatsch. Meine Art. Das ist Anne Rice-Geschwaffe, das ist Hollywood-Gequatsche. Scheiß Hammers. Das ist Anne Rice-Geschwaffe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020